Dr. Fuchs, Dr. Fuchs aus Ingelheim, Dr. Fuchs aus Ingelheim, ich darf euch Folgendes sagen, in Ingelheim, jede vierte Frau in Ingelheim möchte mit Dr. Fuchs schlafen. Die anderen drei haben es schon getan. Okay, es sieht so aus, als könnte es weitergehen. Liebe Freunde, jetzt hier bei uns eine Band, die sich die Fuh genannt haben. Vom französischen Wort für verrückt, der Onkel geht mal ein Stückchen zur Seite und macht die Bühne frei für diese fantastische Truppe hier. Wenn ich ganz kurz vorstellen darf, hier direkt zu meiner Rechten, aus Ingelheim, der grandiose Matthias Fuchs. Wir haben am gesamtgebenden Mikrofon den wunderbaren Mirko Monshausen. Am Schlagzeug, ein Mann, von dem Ian Page sagt, von dem kann ich noch einiges lernen. Sebastian Kunz. Und den wunderbaren Christian Staub. Da ist er. So. Und natürlich Kai Carlton, John Weiss, Lilitz Klar. Und dort hinten begrüßen wir ganz herzlich den ganzen Abend über, wird er uns am Keyboard verstärken. Er ist noch einer der musikalischen Direktoren von We Will Rock You hier in Köln. Es ist der fantastische Klaus Tenner. So. Freunde. Seid ihr soweit für die Fuh. Das ist der fantastische Klaus Tenner. Das ist der fantastische Klaus Tenner. Das ist der statistische Klaus Tenner. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020